Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Gravity Challenge. Ich habe nämlich eine Umfrage auf Instagram gemacht, was für Challenges der Daniel und ich mal zusammen ausprobieren sollen. Und da kam die Antwort und ich wusste erst mal gar nicht, was das ist und habe das gegoogelt und dachte so, ja, das probieren wir jetzt mal aus. Außerdem gibt es am Ende die Auflösung von unserer Push-Up Challenge, also wer von uns beiden da gewonnen hat. Und es gibt eine Bestrafung bzw. einen Gewinn für den Gewinner. Und zwar wollten wir heute Essen bestellen. Und wer die Gravity Challenge gewinnt, darf aussuchen, wo wir Essen bestellen. Und wir sind beide sehr hungrig und haben schon lange nicht mehr bestellt. Deswegen sind wir beide sehr, sehr motiviert zu gewinnen. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich bin sehr, sehr gespannt und motiviert. So, wir haben noch gar keine Ahnung, was die Gravity Challenge überhaupt ist. Deswegen müssen wir uns erst mal abchecken, was der Spaß überhaupt, was das Ganze auf sich hat. Hier, Center of Gravity Challenge. Fik-Tak. 50 Sekunden, das können wir mal kurz gucken. Internet läuft nicht. Irgendwie nicht. Super. Super, danke. Also, du stehst. Das soll schwer sein. Jetzt stehen wir so fünf Minuten. Also, das Video, was ich gesehen habe, war anders. War, du gehst hier irgendwie in die Fangposition und hier die Ellbogen auf den Boden. Und dann musst du die Hände weglegen. Weil sonst ist der Winkel nicht so großartig. Das ist ja, ganz einfach. Das ist doch halt so. Und ich habe gehört auch, dass die Frauen besser sind in der Challenge. Tatsächlich. Sie sagt, dass es die Frauen besser sind in der Challenge. Okay. Okay, starten wir einfach. Machen wir dann einen Teil machen. Wie lange wir die schaffen oder wie machen wir das? Erstmal überhaupt schaffen, ne? Also, wir gehen jetzt erstmal in die Position zusammen. Wir gehen nach vorne und die Ellbogen rauf. Genau. Warte mal, wir müssen jetzt natürlich gleichzeitig starten. Und dann nehmen wir die Arme hoch und halten die Position, ne? Mhm. Okay. Drei, zwei, eins, los. Okay. Das ist ja übrigens einfach. Die Frage ist, also ich habe ja keinen Halssichtgradwinkel zwischen Hüfte und Beine. Dadurch, dass ich so weit unten bin. Ja, ich denke, deswegen ist das so leicht. Ich glaube, wir machen das nicht richtig. Aber es gibt ja keine genauen Möglichkeiten. Also, wenn wir das jetzt so gucken, halten wir das jetzt so? Ja, aber das ist ja eben jetzt einfach. Ja, das ist ja eben jetzt einfach. Ja, das ist ja einfach. Ja, aber du bist ja auch kein typischer Mann von der Beweglichkeit. Und dann steinkommst du die Hände hinter den Rücken wahrscheinlich. Und hier ist das gleiche durch die Seiten, um nicht hinzufallen. Ja, das ist zu einfach für unseren Körper. Jetzt muss man die Arme nach vorne tun. Scheiße! Jetzt habe ich verloren, wenn wir die Arme nach vorne getan haben. Nach vorne ist viel schwieriger. Ja, weil dann der Schwerpunkt vorne ist. Was du schön getrickst. Jetzt darf er erst ein Ausflug machen. Endlich darf ich Essen aussuchen, Leute. So gern Sushi gegessen. Gibt es jetzt keine Sushi? Nein, Sushi ist auch so an besonderen Tagen. Vielleicht ist es ja noch aller Tag. Okay, Leute. Dann sehen wir uns gleich beim Lieferando-Check wieder. Die Antworten von den Challenges vor, die ihr mir auf Instagram geschrieben habt. Auf Instagram meinte ich übrigens unterstrich liali-unterstrich. Und zwar kam dann die Antworten in den Arm drücken. Das wäre für mich natürlich ziemlich übel. Beweglichkeits-Challenge. Müsste man überlegen, wie man das umsetzt. Aber der Daniel ist tatsächlich recht beweglich. Deswegen wäre das interessant. Also ich glaube Spagat kannst du nicht. Aber fast. Wir melden uns bei Ninja Warrior an. Und machen einen Ninja Warrior. Das wäre krass. Wer mehr isst. Also das wäre richtig ekelhaft, glaube ich. Am Tippe, den Tag verteilt esse ich oft mehr als er. Aber ich kann nicht so viel auf einmal essen. Als wenn da jetzt so fünf Burger liegen und ich muss die alle essen. Dann wirkt mir halt einfach übelst schlecht. Aber ich habe mal überlegt, einen Tag Essen zu tauschen, zu machen. Oder zum Beispiel nur seinen Namen zu essen. Oder nur Gerichte mit dem Anfangsgustaben L oder so. Das fände ich auch ganz cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet. Joggen bis zum Umkippen. Wer zuerst aufhört, hat verloren. Das ist ziemlich übel die Challenge. Ich wette wir würden so 15 Kilometer laufen oder sonst. Ich würde wahrscheinlich irgendwann tot umfallen. Booty Bender Challenge. Wer hält länger durch? Also das wäre voll meine Challenge. Weil bei dem 24 Stunden Pamela Reif Challenge Workout war der Daniel am Sterben bei Bootybändern. Und ja, die Gravity Challenge war auch eine Antwort, die wir jetzt gerade umgesetzt haben. Und was ich auch noch geschrieben bekommen habe, ist die Monkey Challenge. Und die finde ich besonders interessant, muss ich sagen. Weil man da wie so ein Affe komplett um einen herum klettert. Und das halt wirklich so eine kleine Herausforderung wäre. Das fände ich so als ehemalige Turnerin auch mal ganz cool auszuprobieren. Auf jeden Fall merke ich, dass ich mega Spaß an Challenges habe. Und ja, ihr gerne auch in die Kommentare schreiben könnt, was ihr mal so sehen wollt. Oder ob ihr auch irgendwelche Ideen habt. Und jetzt gehen wir mal zum Essen bestellen. So Leute, während ich jetzt mir das Essen aussuche, darf die Lia euch verkünden, wer die Push Up Challenge gewonnen hat. Warte, eine kleine Feststellung gerade. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du das Essen komplett aussuchst? Ich dachte, du suchst nur den Laden aus. Und ich darf mein Gericht noch auswählen, oder? Ausnahmsweise. Das nächste Mal spielen wir ums Gericht. Okay. Ich verkünde euch jetzt die Ergebnisse der Push Up Challenge. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ich lese jetzt nochmal nach, damit ihr wirklich die richtigen Ergebnisse habt. So, hier. Also, wir haben das Ganze ordentlich ausgezählt. Und ich bin tatsächlich überrascht über das Ergebnis. Ich habe ja meine persönliche Leistung, also ich habe mir vorgenommen 300 zu schaffen, geschafft mit tatsächlich 335 Push Ups in 30 Minuten. Schaut euch das Video unbedingt an. Das ist das letzte Video bei mir, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Also, es war wirklich heftig. Ich hatte übrigens den heftigsten Muskelkater meines Lebens. Ich glaube, 6 Tage lang. Also, am ersten Tag war es so, ich konnte meinen Arm nicht mehr komplett hochheben. Es war wirklich schlimm. Und es ist auch nicht gesund, oder? So viele Push Ups zu machen. Also, ich glaube, wenn man das einmal macht, ist es nicht so schlimm. Ja. Aber ich habe mal mit Peter und Leo zusammen die King Arthur Challenge gemacht. Da hast du, glaube ich, 1000 jeden Tag, 30 Tage lang. Oh Gott. Und 100 Pull Ups und keine Ahnung was alles. Das, dann kriegst du einfach nur Schmerzen wahrscheinlich. Also, Schulter, Gelenkprobleme, irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, ich habe 335 Push Ups gemacht in 30 Minuten. Und der Daniel hat 349 Push Ups gemacht in 30 Minuten. Es ist so knapp aneinander. Also, 35 zu 49, das ist ja fast gar kein Unterschied. Wir hätten halt echt mal währenddessen, wir hätten wir währenddessen mitgezählt, hätten wir uns, glaube ich, so gegenseitig noch mehr versucht. So, boah, ich will jetzt mehr machen als der andere. Aber ich habe leider verloren. Somit knapp verloren. Ja, ich finde, wir sollten mal eine Reward machen, oder? Ja, nächstes Mal. Ja, erstmal brauchen wir jetzt ein halbes Jahr Erholung, bis wir die nächste Push-Up Challenge machen. So, was hast du gefunden? Paffrater Frittenbude. Die liefern zu uns. Bei der Frittenbude ist eigentlich, also Leute, wir haben übrigens 21.07 Uhr. Wir sind immer so spät dran mit dem Essen. Ja, deswegen müssen wir auch ein bisschen... Aber die liefern alle noch in die Uhrzeit, ne? Ja, sonst würde das ja wahrscheinlich nicht angezeigt werden. Ja, eben. Gut, ich such mal Essen aus, Leute, und dann melden wir uns gleich wieder, wenn das Essen da ist. So, Essen ist angekommen von La Vita Liferro. Sehr kreativer Name. Karte haben wir mit am Start. Also, vom Preis her fand ich die jetzt nicht zu teuer. Die mittlere Pizza hat 7 Euro gekostet. Was hast du für eine Pizza? Die Pizza Döner. Ach, die sieht auch normal groß aus. Ist nicht geschnitten. Abzug. Oh shit. Ich habe etwas gewagt, Leute. Ich habe ein Nudelgericht mit Scampis bestellt bei einem... Ja, ist das eine Pizza? Italiener irgendwas? Das ist ein Türke. Ein Türke? Ah ja, okay. Und der Daniel ist immer so vorsichtig mit so Fischgerichten. Aber es sieht gut aus, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Mit Sahnussauce. Ich hätte dazuschreiben sollen, dass sie es schneiden müssen. Machen die das nicht einfach so? Ja, nicht alle. Manchmal muss man das extra dazuschreiben. Andererseits, wenn die Lieferzeit länger ist, ist es auch besser, wenn es nicht geschnitten ist. Ja, wenn es weniger ist, wenn es nicht mehr so heiß ist. Genau, ist dann halt... Also, mein's filmt euch schon schon ordentlich. Ich glaube, es ist heiß. Dein sieht doch echt besser aus, als ich dachte. Ah, ich hatte das Rock-Offs gern. So, ich probiere jetzt aber erstmal, sodass wir hier die Bewertung machen können. Richtig. Was natürlich auch schon wieder geschlabbert. Ich habe direkt geschlabbert. Richtig, richtig Lakorn. Voll gut. Hat aber auch 9,50 Euro gekostet, muss ich dazu sagen. Also teurer als Daniels Pizza. Was sagst du? Ja. Die Pizza kann man auf jeden Fall essen. Ist gut, nicht zu fettig. Das ist mir immer voll wichtig. Wenn Pizza so vom Fett trieft, dann kriege ich hier mal einen Anfall. Da hatte ich auch ein bisschen Angst beim Nudelgericht. Aber das ist echt gut. Ja, du bist ja Al Capriccio gewöhnt. Al Capriccio, ey. Rebat, Leute. Hauptbestandteil ist da irgendwie Sonnenblumenöl oder sowas. Wenn ich da die Lasagne esse, das ist schon... Wenn du schon diese Pappe aufmachst und die ist schon voll durchgeweicht oben, das ist bei mir schon vorbei. Ja, natürlich ist da Ziki und Sriracha-Soße. Wie spimmt die Pizza natürlich jetzt? Mhm. Hier Löffel. Ich würde der Pizza jetzt so... Ist halt nichts atemberaubendes. Aber ist auch nicht schlecht. Schon... Ja, eine 5 von 5. 5 von 10. 5 von 10. Also Mittelgut. Den Fehl habe ich letztes Mal schon gemacht. Ich sag 7 von 10 bei meinem Gericht. Also ich bin echt sehr zufrieden. Nimm dir mal einen mit Scampi. Probier jetzt mal hier den. Das Nudelgericht. Hier, den musst du mitnehmen. Oh Gott. Pass auf. Oh, wieder getrafft. Oh je. Also für mich... Ist halt zu lasch, das Nudelgericht. Ist halt nicht scharf, ne? Ist so eine... Auch so eine 5 von 10. Okay. Ist okay so. Solide. Also wenn man mal relativ günstig, relativ schnell was bestellen möchte. Kann man auf jeden Fall La Vita Le Ferro. Kann man empfehlen dafür. Weil es einfach solide ist. Und für den Preis, was es gekostet hat. Und auch die restlichen Preise sind voll okay. Okay. Also eine Big Pizza kostet... Die teuerste Big Pizza kostet ein 10er glattes Frutti di mare. Die sind immer teuer. Weil Meeresfrüchte... Und wenn ich jetzt hier gucke, ich hätte eigentlich nur 1,50 Euro drauflegen können. Dann hätte ich eine große gehabt. Aber wir hatten ein bisschen Zeitstress. Weil die auch nur bis 10 Uhr offen haben. Ja. Aber unter der Woche bis 10 Uhr ist auch okay. Nudelgerichte ist das teuerste Deins. Scampi. Geil. Die anderen sind alle Arabiata, 7,50. Voll okay. Salate. Kann man aber machen auf jeden Fall. Pizzabrötchen sind auch nicht zu teuer. Normale Preise. Durchschnittliche gute Qualität. Halal Food. Alles Halal. Zertifiziert. Sehr gut. Erklär doch mal, was es bedeutet. Ja, da wird so ein... Das ist halt im muslimischen Glauben, wenn ich das jetzt richtig erkläre, dass das Tier nochmal ein Gebet bekommt sozusagen, bevor es geschlachtet wird. Dass es dem Menschen jetzt dient als Essen. Wenn ich das richtig weiß noch. Kommentiert, falls es anders ist. Lass mir ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.